Seit dem Start von Digitec engagieren wir uns dafür, dass Konsumenten ihre Lieblingsprodukte einfacher, komfortabler und günstiger einkaufen können. Wir haben einige Schalmauern durchgebrochen. Wir haben unter diesem Sortiment über eine Million Produkte, über 1'000 Mitarbeiter an 11 Standorten. Mit unserer Geschichte konnten wir die Jury vom GFM Marketingpreis inspirieren. Ich verspreche euch, dass wir in Zukunft noch einige Schalmauern durchbrechen werden. Wir waren Gamer und haben angefangen, unsere eigenen Kisten zusammenzubauen und die PCs, die wir toll gefunden haben, auch an andere Kunden zu verkaufen. Wir haben am Anfang rein online angefangen, haben dann aber gemerkt, dass die Läden auch wirklich ein Kundenbedürfnis sind. Wir haben am Anfang nur eine Abholmöglichkeit geboten, aber da die Kunden das sehr stark angenommen haben, haben wir die Möglichkeit für die Abholung und Beratung im Laden dann ständig ausgebaut. Der Laden wird hauptsächlich zum Abholen genutzt, aber die Läden sind auch ein sehr wichtiger Punkt, um die Ware wieder zurückzugeben. In der Westschweiz sind wir auch sehr stark präsent. Wir haben jetzt zwei Läden in Lausanne und in Genf und machen eigentlich seit längerem auch die Werbeaktivitäten. in der Westschweiz. Digitec ist der Online-Shop für die Elektronik. Dort haben wir eine klare Kompetenz auf der Elektronik mit zehn Standorten unterdessen, mit einer eigenen Ausstellung. Und Galaxus ist das Online-Warenhaus, das wirklich so gut wie alles bei uns einkaufen kann. Wir werden mit Galaxus auch nach Deutschland gehen, nach Deutschland expandieren und unser Angebot am deutschen Markt verfügbar machen. Und wir hoffen, dass wir auch die deutschen Kunden mit unserem Sortiment und unseren Preisen inspirieren können. Ich glaube, wir haben ein sehr grosses Sortiment zu sehr, sehr guten Preisen. Darüber hinaus haben wir einen Online-Shop, wo man ein sehr einfaches Produkt findet. Wir sind nicht eine Suchmaschine. Wir helfen dem Kunden wirklich das Produkt zu finden, das passende Produkt zu finden. Und zusätzlich sind wir eine grosse Community. Wir haben Kunden, die helfen. Ich bin selbst einer unserer besten Kunden. Und kürzlich habe ich mir jetzt gerade einen Gamermonitor und eine Grafikkarte gekauft und ein Headset. Und bin wieder eingestiegen ins Gamen.